Hallo und herzlich willkommen bei Bottsportstech. Es freut mich vielmehr, dass ihr eingeschaltet habt. Für mich ist die heutige Folge oder das heutige Video was ganz Besonderes. Denn am 15.01.2023 habe ich mein erstes Video hier auf YouTube hochgeladen und euch meinen Test zur Garmin Enturo 2 präsentiert. Hallo und herzlich willkommen bei Bottsportstech. Der Premiere meines YouTube-Kanals und bei meinem ersten Video. Ich bin Stefan und heute sage ich euch meine Meinung zur Garmin Enturo 2. Ich hoffe euch gefällt das Video und ich würde sagen, legen wir los. Und jetzt knapp eineinhalb Jahre später und mit mittlerweile 5000 Abonnenten präsentiere ich euch meinen Test zur Garmin Enturo 3. An dieser Stelle möchte ich mich für eure Unterstützung recht herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Aber wieder zurück zum Thema. Die Uhr soll eine bombastische Akkulaufzeit haben, trotz der Größe ein Leichtgewicht sein und alle Funktionen mitbringen, die sich ein Sportler herzwünscht, ohne unnötigen Schnickschnack. Ob das wirklich so ist, das verrate ich euch heute in meinem Video. In diesem Sinne würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit und legen wir los. Bei der Auswahl von Materialien, Größe und Farbe ist es bei der Garmin Enturo 3 ziemlich leicht. Es gibt nämlich nur eine Variante. Diese hat eine Gehäusegröße von 51 mm, ist schwarz und kostet 899 Euro. Und mit diesem Durchmesser von 51 mm und vor allem mit einer Dicke von 15,7 mm ist sie auch nicht unbedingt die kleinste Uhr. Hier im Vergleich zur Phoenix 8 51 mm sollte man eigentlich sehen, dass die Enturo 3 noch ein Stück dicker ist. Wo die Uhr war, sehr positiv auffällt, ist beim Gewicht, denn trotz der Größe hat sie nur 57 Gramm bzw. 63 Gramm mit dem Nylonband. Das sind 40% weniger als andere Uhren in der Größe. Ein Grund für dieses geringe Gewicht sind die verwendeten Materialien. So hat die Uhr eine Lünette aus Titan. Das restliche Gehäuse besteht aus Kunststoff. Auf die Metallplatte, die sich normalerweise auf der Rückseite der Uhr befindet, verzichtet Garmin, um Gewicht zu sparen. Das Ganze hat früher so ausgesehen. Da gab es auf den Duro 2 so eine Metallplatte. Auch das Nylonband, das mit der Enduro 3 kommt, trägt zum geringen Gewicht bei. Es ist wirklich angenehm zu tragen, erzeugt bei mir keine Hautirritation und lässt sich dank des Glättverschlusses auch unkompliziert stufenlos verstellen. Der einzige Nachteil, den es hat, ist, dass es im Gegensatz zum Silikonarmband nach dem Duschen etwas länger nass ist. Auf der Rückseite befindet sich der Elevate Generation 5, der Herzfrequenzsensor der fünften Generation, der zuvor in der Garmin Epyx Pro und Phoenix 7 Pro eingeführt wurde. Dieser bietet nicht nur eine verbesserte Genauigkeit, sondern ist auch EKG-fähig. Darüber hinaus misst er auch die Handgelenkstemperatur. Die EKG-Funktion wurde bei uns noch nicht freigegeben. Wer es aber dennoch schon nutzen möchte, ich blende euch jetzt mein Tutorial-Video ein, mit dem ihr diese Funktion in 5 Minuten freischalten könnt. Bei der GPS-Messung setzt Garmin weiterhin auf einen Dual-Band-Chip, es werden alle gängigen Satellitensysteme unterstützt und darüber hinaus sind ein barometrischer Höhenmesser, ein Kompass, ein Gyroskop, ein Beschleunigungsmesser, ein Thermometer und ein Umgebungslichtsensor verbaut. Die Displaygröße beträgt weiterhin 1,4 Zoll, da die Lunette aber etwas schmäler ist, bekommt die Enduro 3 nun einen neuen Solarring. Dabei wird eine neue Solartechnologie verwendet, die nun im Vergleich zum Vorgänger 120% effizienter ist. Auchfällig ist auch, dass der neue Solarring nicht nur breiter ist, sondern auch schwarz und nicht mehr so diesen rötlichen Stich hat und die Lesbarkeit des Displays verbessert wurde. Wie effektiv ist das Ganze nun wirklich? Die einzige Uhr, bei der ich feststellen konnte, dass die Solarladefähigkeit wirklich effektiv ist, war die Garmin Instinct 2X. Diese habe ich zu Testzwecken 2,5 Stunden in die Sonne gelegt und konnte in diesem Zeitraum 3% Akku aufladen. Den gleichen Test habe ich mit der Enduro 3 gemacht und zu meinem Erstaunen konnte ich in 70 Minuten den Akku um 2% aufladen. Hier bekommt man also ganz klar eine Bestätigung der Effizienzsteigerung bei der Solareinspeisung. Wie sieht generell die Akkulaufzeit aus? Hier eine kleine Tabelle mit den diversen Modi und mit den dazugehörigen Akkulaufzeiten, die Garmin angibt. Mit Solar bedeutet, dass die Solarladung von einer ganztägigen Tragezeit ausgeht und einem Aufenthalt von 3 Stunden im Freien bei 50.000 Lux. Ich habe den Enduro 3 jetzt eine Woche in Gebrauch und noch 60% Akku. In diesem Zeitraum habe ich 5 Stunden GPS Aktivitäten damit aufgezeichnet und ca. 2 Stunden diverse andere Workouts wie Krafttraining oder Yoga. Somit kann ich schon mal festhalten, dass ich mit dem vollen Akku und bei meiner Nutzung 2 Wochen locker auskomme. Bei meinen Autoaktivitäten, wo ich GPS verwendet habe, habe ich immer satte EQ verwendet. In diesem Modus entscheidet die Uhr selbst, ob sie den Dual-Band-Chip nutzt oder nicht. Habe ich die Uhr ganz normal verwendet, ohne Navigationsfunktionen, dann war bei mir der Akkuverbrauch pro Stunde, je nachdem wie sonnig es war, zwischen 1 und 1,3%. Habe ich aber Kartenfunktionen benutzt bzw. bin während des Workouts oder während des Laufs die ganze Zeit auf der Navigationskarte geblieben, dann war der Verbrauch bei 3%. Das ist aber natürlich auch klar, dass hier die Seite mit der Karte pausenlos neu berechnet werden muss. Das heißt, mit einem vollen Akku komme ich zwischen 70 und 100 Stunden aus, wenn ich auf einer normalen Datenseite bin und die Navigationsfunktionen nicht nutze. Nutze ich diese aber, dann verkürzt sich diese auf ca. 33 Stunden. So eine ganz kurze Unterbrechung, falls dir bis jetzt mein Video gefallen hat, dann würde es mich wahnsinnig freuen, wenn du mir ein Like da lassen würdest. Und wenn du auch zukünftig keine Videos verpassen möchtest, dann kannst du auch gerne meinen Kanal abonnieren. Zum Beispiel am Samstag werde ich einen 12 Stunden Akkutest machen, wo auch die Enduro 3 eine Rolle spielen wird. Falls du das Video also nicht verpassen möchtest, dann lass mir doch ein Abo da. Ich sage Dankeschön und schon geht es wieder weiter. Welche Neuerungen gibt es nun auf der Enduro 3 und wo unterscheidet sie sich von der Phoenix 8 Solar? Die Enduro 3 kommt mit einer neuen, moderneren Oberfläche. Im Prinzip ist es die gleiche, die man auf der Phoenix 8 findet, lediglich auf das EMIPE Display angepasst. Hier ist es zum Beispiel auch so, wenn man von oben nach unten wischt oder wenn man die mittlere Taste drückt, dann kommt man gleich zu seinen Benachrichtigungen. Ein neues Watchface gibt es ebenfalls. Da gibt es zwar jetzt nicht so viele Besonderheiten, aber eine neue Funktion gibt es, die ich persönlich sehr praktisch finde. Und zwar finden wir diese hier. Hier kann man sich nämlich jetzt dann den Timer als Komplikation stellen. Wenn ich den nun starte und hier rausgehe, dann sehe ich hier die verbleibende Zeit. Auch in der Menüstruktur hat sich ein bisschen was geändert. Ich habe am Anfang die am häufigsten verwendeten, dann kommen die ganzen Core-Funktionen und am Schluss die tiefgreifenden Systemeinstellungen. Ebenfalls neu ist der Punkt Fokusmodi, wo ich einen schnellen Zugriff auf meinen Schlaf- bzw. auf meine Aktivitätseinstellungen habe. Hier kann ich zum Beispiel meinen Schlafplan ändern, wie sich das Display verhalten soll etc. bzw. bei Aktivität finde ich hier die Auswahl der Satelliten bzw. des GPS-Modus. Ich kann mir meine Sprachwarnungen konfigurieren, generell wie es mit den ganzen Benachrichtigungen und Alarmen ausschaut, wie sich das Display bzw. die Helligkeit im Aktivitätsmodus verhalten soll und und und. Auch die Aktivitätsseite hat sich geändert. Wenn ich hier reingehe, habe ich hier ganz oben meine Aktivitäten und habe hier wichtige Basisfunktionen, wo ich schnell einen Zugriff drauf habe. Wenn ich hier ganz nach oben gehe, kann ich meine Aktivitäten wählen und habe hier meine ganzen Profile, die ich wählen kann. Möchte ich zum Beispiel eines davon als Favorit anpinnen, dann kann ich draufbleiben, gehe auf die drei Striche und sage PIN und habe diese nun oberhalb meiner restlichen Aktivitäten. Ich kann auch Laufen anpinnen, indem ich das Ganze noch einmal mache. Dann habe ich hier meine zwei Favoriten und nachdem alle guten Dinge drei sind, kann ich das Ganze auch ein drittes Mal machen. Mehr kann ich aber nicht anpinnen. Es gehen nur maximal drei. Auch am Startbildschirm meiner Aktivität hat sich einiges verändert. Wenn ich von oben nach unten wische, kann ich zum Beispiel externe Sensoren koppeln, Energiemodus ändern etc. Ich kann auch meinen GPS-Modus ändern. Wenn ich zurückgehe und von unten nach oben wische, komme ich zu meinen ganzen Trainings. Habe ich tägliche Trainingsvorschläge, dann finde ich diese auch hier. Beziehungsweise habe ich auch meine Navigationherstellungen, Aktivitätsoptionen etc. Befindet man sich in einer Sportart, hat man drei Ebenen. Die erste Ebene sind die ganz normalen Datenseiten. Wischt man rüber, kommt man zu seiner Musiksteuerung, wo man zum Beispiel Musik auf der Uhr oder auf dem Handy steuern kann. Wenn man ganz nach links wischt, hat man die Möglichkeit hier die Sportart zu ändern. Das heißt, ich muss im Vorfeld nicht Multisport eingeben. Bei Navigieren gibt es auch eine wichtige Änderung. Wählt man jetzt zum Beispiel irgendeine Route aus, startet diese, dann hat man bei seinen Datenseiten zwar jetzt die Strecke oder die Route eingezeichnet, aber man bekommt diese zusätzlichen Datenseiten nicht mehr. Dazu geht man auf diese Seite und findet hier dieses Kästchen. Links unten sieht man normalerweise die Distanz bis zur nächsten Abbiegung. Rechts unten sieht man die voraussichtliche Zeit bis zum Ende der Route. Wenn ich hier hineingehe, habe ich dann weitere Ansichtsfelder, wie zum Beispiel jetzt dann die verbleibende Distanz. Wir haben hier natürlich jetzt eine große Abweichung, weil die Uhr keine GPS-Daten noch hat, beziehungsweise kein GPS-Signal gefunden hat. Hier hat man dann zum Beispiel die An- und Abstiege, beziehungsweise das Höhenprofil etc. Also hier findet man sozusagen die neuen Daten. Wenn man hier rausgeht, kann man dann rüberwischen und befindet sich dann ganz normal wieder auf seiner Karte, beziehungsweise den Datenfeldern. Bei der Karte gibt es ebenfalls ein paar Änderungen. Hier kann ich zum Beispiel rechts rein swipen. Dann kann ich zum Beispiel von hier aus direkt navigieren, Karten-Ebenen etc. ändern. Dann zeige ich euch das ganz kurz. Hier kann ich zum Beispiel die Karte auswählen, möchte ich Aktivitätslinien ein- und ausschalten, Segmente sehen, Skikarte nutzen, die Tiefenangaben. Hier kann ich alles relativ schnell einstellen. Alternativ kann ich auch natürlich den Knopf rechts oben drücken, komme ebenfalls in dieses Menü. Kann ich zum Beispiel auf Navigation und kann von hier aus diverse Navigationsoptionen auswählen. Die Anzeige des Zoom-Levels hat sich ebenfalls geändert. Früher hatten wir hier unten so eine kleine Linie. Jetzt haben wir hier oben diese gewölbte Linie, damit die Entfernung einfach besser eingeschätzt werden kann. Das Roundtrip-Routing wurde ebenfalls verbessert, beziehungsweise ist jetzt dynamisch. Man startet die Funktion wie gewohnt, das heißt man wählt eine Distanz, sucht sich eine Strecke aus und läuft los. Verlässt man die ursprüngliche Route, passt die Uhr die Strecke automatisch an und nach der gewünschten Zieldistanz wieder zum Ausgangspunkt zurückzukehren. Auch neu trainiert man nach Zielen, wie zum Beispiel Distanz oder Distanz und Pace, kann man nun zusätzlich die Back-to-Start-Funktion aktivieren. Dabei wird bei ca. 40% der gelaufenen Strecke eine Route zurück zum Ausgangspunkt berechnet. Garmin hat nun auch sportspezifische Krafttrainingspläne integriert, die darauf abzielen, die Leistungsfähigkeit zu steigern, Verletzungen vorzubeugen und die Haltung zu verbessern. Diese Pläne sind speziell auf verschiedene Sportarten zugeschnitten, wie Trailrunning, Radfahren, Wandern, Skifahren, Schwimmen und viele mehr. Diese Pläne wurden zwar mit der Einführung der Phoenix 8 präsentiert, wer will, kann sie aber auch auf älteren Modellen ausführen. Ich habe das zum Beispiel schon damals mit meiner Tactic 7 AMOLED gemacht. Die Unterschiede zwischen Enduro 3 und Phoenix 8 sind minimal und betreffen nur spezielle Funktionen, die nicht jeder braucht. Die Enduro 3 hat zum Beispiel keine wasserdichten Knöpfe und keine Tauchfunktion. Wer das aber ohne dies nicht tut, wird hier nichts vermissen. Auch das Fehlen von Mikrofon und Lautsprecher macht sich nur dann bemerkbar, wenn man mit der Uhr telefonieren oder den Sprachassistenten nutzen möchte. Ansonsten bietet die Enduro 3 alle wichtigen Sport- und Gesundheitsfunktionen, die auch auf der Phoenix 8 verfügbar sind. Dazu zählen Dinge wie zum Beispiel die Stressmessung oder die Bodybatterie, Trainingszustand oder die Trainingsbereitschaft, die täglichen Trainingsvorschläge, aber natürlich auch alle Navigationsfunktionen. Wie bereits in diesem Video erwähnt, besitzt die Enduro 3 den Elevate Generation 5, den Herzfrequenz-Sensor der aktuellsten Generation. Da ich diesen seit einem Jahr nutze und sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, war meine Erwartungshaltung natürlich entsprechend groß. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Ein Lauf mit konstanter Geschwindigkeit und ebenfalls recht konstanten Puls ist für die Uhr absolut kein Problem. Aber auch wenn es mal zu Herzfrequenzänderungen kommt, reagiert die Uhr schnell und zuverlässig. Selbst das Intervalltraining hier meistert die Uhr problemlos, wie man bei diesen 8x200 Metern sieht. Am Ende war zwischen Brustgurt und optischer Messung nur 0,6 Schläge Unterschied. Auch hier beim Radfahren, wo der Unterarm die ganze Zeit angespannt und die Uhr ganz häufig durchgeschüttelt wird, vor allem wenn man auf Schotterwegen unterwegs ist, zeigt die Enduro 3 eine ganz tolle Leistung. Noch mehr angespannt ist der Unterarm aber beim Krafttraining. Und da man seine Übungen in Sätzen macht, mit Pausen dazwischen, geht der Puls auch schnell rauf und auch schnell wieder runter. Aber auch hier überzeugt mich die Enduro 3 und liefert angesichts der schwierigen Umstände ein sehr gutes Ergebnis, vor allem bei Körpergewichtsübungen. Bei Nutzen von Gewichten gibt es dann trotzdem hier und da Abweichungen vom Brustgurt, aber dennoch ist die Leistung solide. Ich glaube, die Kombination aus geringem Gewicht und großer Auflagefläche am Handrücken sorgen dafür, dass die Uhr stabil sitzt und wenig Licht von der Seite zulässt, was die guten Ergebnisse erklären würde. Bei der GPS-Messung ist die Enduro 3 ebenfalls ein verlässlicher Begleiter. Bei den Beispielen hier hat die Uhr die Farbe blau. Unter freiem Himmel ist die Messung tadellos, es treten weder Probleme noch Ausreißer auf, was die solide Leistung der Uhr in diesem Bereich unterstreicht. Auch im Wald, wo die GPS-Messung deutlich anspruchsvoller ist, überzeugt die Enduro 3 mit präzisen Ergebnissen. Dank der Nutzung des SATAQ-Features kann die Uhr stets den optimalen GPS-Modus auswählen, was die Genauigkeit auch in schwierigen Umgebungen gewährleistet. Die Garmin Enduro 3 ist für mich eine sinnvolle Weiterentwicklung. Das geringe Gewicht merkt man am Handgelenk kaum, trotz der recht großen Uhr. Die gewählten Materialien und das Nylonband tragen hier maßgeblich zum Tragekomfort bei. Besonders beeindruckt war ich von der Solareffizienz. Die sich in der Praxis wirklich auszahlt. Wer Komfort und Performance sucht, auf smarte Features und Tauchfunktionen verzichten kann, der findet mit der Enduro 3 wohl den perfekten Begleiter. Ich habe zwar ein paar Tage gebraucht, um mich wieder an das MIP-Display zu gewöhnen, finde es mittlerweile aber gar nicht mehr zu schlimm. Mit 899 Euro ist die Uhr angesichts der ganzen Vorteile schon ein sehr attraktives Angebot, vor allem für Sportler, die sich auf das Wesentliche fokussieren wollen. Aber genug von mir, wie gut gefällt euch die Enduro 3? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, würde mich wirklich sehr interessieren. Ich bin auf jeden Fall am Ende meines Videos angelangt. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bleibt großartig und bis zum nächsten Mal.